Mit dem Splinter bringt Sunflex seine erste kurze Noppe auf den Markt. Wir haben den Belag unter die Lupe genommen und zeigen euch in diesem Video, was der Belag kann. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 40 Euro befindet sich der Splinter im oberen Preissegment. Die Noppenköpfe sind leicht geriffelt und versprechen eine gewisse Spin-Freudigkeit. Der blaue Schwamm ist recht kompakt und hart und verfügt laut Sunflex über einen dezenten Frischklebeeffekt. Ungeschnitten kommt der Splinter auf ein Gewicht von knapp unter 60 Gramm. Der Dots-Test bestätigt den ersten Eindruck. Der Splinter scheint tatsächlich ein gewisses Effektpotenzial zu besitzen. Die Noppen-Freudigkeit Bei den ersten Schlägen zeigt sich, dass sich der Splinter recht noppen innen ähnlich spielt. Beim Kontern kann eine normale Technik angewendet werden. Die Flugkurve ist recht flach und ein Störeffekt zeigt sich nur dann, wenn der Ball nach unten gepresst wird. Das Grundtempo vom Splinter ist recht hoch, der blaue Schwamm vermittelt viel Power. Interessant war, dass der Splinter bei aktiver Spielweise wirklich ordentlich Dampf entwickelt hat und bei passiven Bällen über eine hohe Kontrolle verfügt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit dem Splinter lässt sich erstaunlich viel Unterschnitt entwickeln. Das macht sich auch im Aufschlag- und Rückschlagspiel positiv bemerkbar. Allerdings fiel uns der Eröffnungstopspin nicht so leicht wie mit anderen kurzen Loppen. Hier muss der Ball sehr sauber getroffen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach unserer Meinung eignet sich der Belag vor allem für diejenigen Spieler, die ein sehr variables Loppenspiel bevorzugen. Einfaches Hinhalten reicht bei diesem Belag nicht aus. Aber gerade die Variationsmöglichkeiten sind das Spannende an dem Splinter. Ob kurz, abgehackter Block, leichter Gegenspin oder knallharter Schuss. Wer über die entsprechenden Techniken verfügt, bekommt mit diesem Belag den perfekten Begleiter. Wer über diezyć Begleiter ist das Spannende an dem Platz. Vielen Dank.